Alter, ne? Und müsste man sein, oder? Krass, du kannst mich verstehen? Du bist doch der beste Freund des Menschen, oder? Beste Freunde sagen sich doch alles, ne? Ist richtig. Ich hab'n Deal für dich. Ich geb' dir ne Bockwurst und du gibst mir die sechs richtigen Gewinnzahlen. Ja, korrekt, ey. 49? 134? Das war'n Test. 23? 13? 6? 14? 15? 10? 40? 16?